cool wie auch wieder 202 dann geht jetzt die rückkehr und wieder rein da liegt die leiche 30 kilo 3 21 und 2 ok es hat uns kein anderer entdeckt es hat nur die musik gewechselt so fling festigen windskraft und stärke zwei draken rolle und du siehst schlüssel öffnen 40 bis 60 punkte cool ist hier oder ja mondzucker und das hier wiegt 18 das geht leider nicht mehr eiserne bein schienen steilhandschuhe links fünf kilo der würde noch gehen sko oma mondzucker geht noch nein der geht nicht mehr und hier 0,3 geht auch nicht 0,1 das geht noch das heißt es geht jetzt entweder gar nichts mehr oder noch vielleicht 0,1 0,2 geht jedenfalls nicht mehr wegen des lichtes nein der geht auch nicht mehr ok wobei doch genau der geht weil da habe ich 275 von 275 licht hat der ja geil den hätte ich gerne statt den gravierten ring der heilung tatsächlich weil der bringt uns ja gar nicht mehr so viel wobei allerdings den benutzen wir ab und zu und den ring der diebe benutzen wir nie wobei der ring der diebe uns ja in kämpfen tatsächlich mehr bringt als der hier bringt uns fast gar nichts mehr mein eine benutzung verbraucht glaube ich vier punkte dass wir können den fünf mal benutzen das heißt es sind fünf bis 25 lebenspunkte das das ist nicht viel bei 85 ok dann zurück und wieder da weiter ja wir tragen einfach zu viel so schau sie auf mich hinauf kurze reise lange reise an euch ist es zu wählen feuer war ok das reicht wenn es so weiter geht dann haben wir bald wieder zerstörung geskilled auf 51 und wir brauchen sie auf 60 aber das hatte noch zeit aber ich glaube ich möchte es zerstörung noch weiter skillen wir bieten euch einen besonderen ausflug zum gleichen niedrigen so ich grüße euch es ist mir eine ehre euch zu treffen bleibt solange ihr wollt es ist mir eine wahre ehre mit euch zu sprechen ja nein jetzt äh nein jetzt hänge ich hier ok hier kommt jetzt zeug hin und zucker habe ich auch oh der ist riesig magie der ring wird verkauft mitte rüstungswert 12 nein schwer hemmt leicht leicht und da ist eine axt zweihändig vielleicht ein bisschen was reparieren und voll ja ein bisschen was gab es so zuderer laser und zwar so schnell der rast des heiligen meeres noch hält es ist mir eine ehre eure bekanntschaft zu machen danke das hier weg und das hier alles weg genau 136 sie hatten noch 100 ok ich muss eins davon weg 60 7 10 80 80 86 mal 1,39 äh sind mehr dann halt noch das da dann haben wir 48 mal 1,39 das geht das sind 67 ok zu ravir der wird uns sicher weiterhelfen hallofür hallo ravir hallo ravir höchsten grüße freunde willkommen hausdauer ist voll 84 mal 1,39 sind 117 die er nicht mag 111 ok, das sind 6 Traken weniger, aber egal äh, wir wiegen jetzt 204 wieso wiegen wir 204, ach weil wir die Tränke noch haben ach, ok dann noch Rückkehr wir müssen echt mal mehr Tränke benutzen das ist sehr wichtig damit wir endlich mal ein bisschen weniger haben halt so, wo waren jetzt hier die ganzen Sachen die sind ja gleich wieder voll 18 Kilo das ist gut, Oma Fische Kartoffel Niederer Seelenstein Eisner Streitkolben exklusive Trank der Frische wird herstellen Konstellation Standard Licht Trank Licht für 10 Punkte Sujama wird verkauft und das ist die Rolle Füges Seelensumpf Seelenfalle, ok ok, dann geht's hier runter oh ich mach euch fertig ok, jetzt wäre die Zeit dass ich Tränke benutze Austausch wieder nein, festes Wasser nicht Reflexion auch nicht oder? nein Austausch wieder herstellen und festigen ja Austausch wieder herstellen Blitzshit die haben aber keinen Blitz Austausch wieder herstellen Lähmung heilen nein festes Wasser schon wieder Austausch festigen Glück wieder herstellen feste Intelligenz Krankheitsresistenz Chamäleon Feierresistenz Austausch wieder herstellen Austausch wieder herstellen Glück Warte mal Willenskraft und Konstitution festigen ich glaub den nehm ich mal Blitzresistenz wieder herstellen Willenskraft Schnelligkeit Geschicklichkeit Ausdauer festigen Frostschild Konstitution wieder herstellen Charisma festes Wasser festigen Konstitution haben wir schon Feierresistenz Giftresistenz festigen Willenskraft und Stärke Gift neutralisieren Dann hab ich keine Lebensenergie herstellen mehr oder was Das überall Gift neutralisieren dabei Giftresistenz Pesteln Austausch Hier Hab ich vielleicht sonst noch was Leben gehalten Ach ich glaub das war echt Aber jetzt muss ich erstmal schneitze Weil meine Nase schon wieder komplett dicht ist Vielleicht hört es ja Keine Ahnung So jetzt geht's wieder Ich will nicht sterben Oh 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 Wohltat wäre jetzt dann sehr gut Oh Nein Ich Wann hab ich zuerst gespeichert Ich glaub als ich mit Rückkehr hierher bin oder Mist Dabei hab ich jetzt Hätte ich jetzt ein paar Tränke benutzt Aber zwei Gegner waren offenbar zu viel 202 Okay Ich hoffe dass das jetzt der automatische Spielstand war vom Zurück Ich komm Nein Das ist jetzt nicht wahr Oder Ach komm Das beides ist das gleiche Äh Das kann aber nicht sein Das heißt beim Ach komm Die letzte halbe Stunde War umsonst Wie lange Nehm ich denn schon auf Eine Stunde erst Blitzschild Ich hab doch irgendwo Blitzresistenz Oh Reflexion Wäre nicht schlecht Vielleicht der Blitzresistenz Auch Blitzresistenz Blitzschild Aber das ist Lähmung Heilen Reflexion Hab ich schon Blitzresistenz Jetzt bin ich schon wieder gestorben Ich muss öfter Speichern Ich glaube ich hab's doch Überlegt Aber ich speichere Und dachte mir Ach nee Der speichert ja Eher automatisch Weil ich gerade Teleportiert bin Offenbar nicht Das ist voll für den Arsch Die letzte halbe Stunde Ist umsonst gewesen Es hat plötzlich ein Zweihänder Er hat mich Niedergeschlagen Er hat uns noch Zwei Traken mehr Das ist cool 27 Kilo Festigen Langwaffe 7 Punkte Für 30 Sekunden Auf sich selbst Ah Hat er nicht benutzt Knochenhasisch Knochenstiefel Gewöhnliche Hose Und gewöhnliche Servi Vielleicht mal kurz Wohltat Vielleicht sollte ich den Da jetzt speichern Dass ich den schon gemacht hab Dann ist zumindest Der Speicherplatz Jetzt hier Der hat mich gesehen Oh Treffer Ich hab schon wieder getroffen Blocken und Klinzen Haben wir jetzt eigentlich Zerstörung noch Auf 50 Okay ich bin noch Ein Magier Gut das hab ich Zumindest gespeichert Wenigstens etwas Ha Die zwei Pfeile Hat er sogar noch So also ein Kilo Würde noch gehen Vielleicht hat er Irgendwas mit einem Kilo Nein Dann ab nach Hause Mal wieder Hat man mal Ach Mist Ich hätte jetzt noch Ich hätte jetzt noch weiterschauen können Etwas mit einem Kilo Hätte ich ja sicher noch Sicherlich noch gefunden Aber egal Dann eben nicht Was führt euch nach Molagmar So Ab und flach Wie weg Kurze Reise Lange Reise An euch ist es Zu wählen Bisschen hier abfackeln Hier ist doch der Pilztuch Cool Mal sehen Nein Zu klein Aber hier könnte ich Vielleicht durchschießen Auch nicht Okay Dann eben nicht Nachbar Mora Bitteschön Wir bieten euch Einen besonderen Ausflug Zum gleichen Niedrigen So Möchtet ihr mir Irgendetwas sagen Nein Das Vergnügen Ist ganz auf meiner Seite So Das Bett haben wir neu Jetzt muss ich nachsehen Da habe ich nichts Neues Magie Muss ich vielleicht Was verkaufen Kleidung 20 20 19 19 Das passt Maffne 2 Händer Okay Reparieren Und vielleicht Freude ich raus Des heiligen Meeres So Oh man Ich bin jetzt Wieder auf 20 Ah Jetzt auf 21 Ach genau Acht Nein Nicht hängen bleiben Und Rast des heiligen Meeres Ist aus Das ist Nein Drei 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 Vielen Dank.